Günter Jauch, Barbara Schöneberger. Überraschendes Versteckspiel. Flucht vor den Fotografen. Barbara, ja, ich will, versprach Günter Jauch, 67, vor einigen Wochen Barbara Schöneberger, 49, und trank mit ihr Brüderschaft. Nun reden die beiden sich mit Du an. Doch eigentlich sind sie sich längst viel näher gekommen. Und allmählich fürchtet sich Jauch offenbar sogar vor Liebesgerüchten. Merkwürdig. Günter Jauch wollte keine Bilder mit Barbara Schöneberger. Seit Jahren verstehen Jauch und seine Kollegin sich blendend. Günter Jauch ist an vielen Stellen ganz anders, als man ihn einschätzt, lobt Barbara. Und Jauch schwärmt über sie. Sie ist ein Mensch, der sofort Entspannung und Fröhlichkeit verbreitet. Im Fernsehen kokettieren die beiden sogar mit einem möglichen Flirt. Doch bei einem Auftritt vor einigen Wochen wollte sich Jauch aus Angst vor haltlosen Liebesgerüchten nicht mehr mit Barbara fotografieren lassen. Er war zu Gast in ihrer Sendung, und als die Fotografen auftauchten, soll er mit seiner Frau Thea, 65, die Flucht ergriffen haben. Nein, 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 hier bitte keine Bilder, imitierte Barbara ihn in ihrem Podcast. Ich sehe schon die Überschrift. Soll Jauch gesagt haben und zitierte mögliche Schlagzeilen. Die große Aussprache. Oder, was soll er nur tun? Er liebt sie beide. Na ja. Ich sehe die Schlagze. Vielen Dank.